Hallo ihr Lieben, hier ist eure Sandra Rose Fröhlich mit dem Rezept Schneller Obstsalat aus drei Sorten Obst. Ich habe Orangen klein geschnitten, Bananen klein geschnitten und einmal Erdbeeren klein geschnitten. Ich füge die Bananen mit den Orangen zusammen, gebe noch ein bisschen Orangensaft, der ausgepresst aus der frischen Orange noch zusätzlich übrig geblieben ist, dazu. Dann vorsichtig die geschnittenen Erdbeeren einmal zugeben, leicht vermengen, die Banane, die Orange und die Erdbeeren und dann ist der Obstsalat in der Regel schon fertig. Wer möchte, kann noch eine Erdbeere in einen sogenannten Erdbeerfächer schneiden. Dazu verweise auf das Video, da könnt ihr einfach schauen. Verlinkung ist in den Text vergeben oder einfach Erdbeerfächer. Und hier seht ihr, einmal schräg einschneiden geht auch, das ist die kleine Variante. Und oben auf den Rand des Glases setzen. Wenn ihr natürlich eine Schale habt, nehmt ihr einfach den Rand der Schale. So geht der schnelle, bunte Obstsalat aus drei Sorten Obst. Ohne Zucker, ohne alles. Durch den Orangensaft ist das sehr saftig. Und hier seht ihr nochmal den Erdbeerfächer. Wenn man also mehrfach, ohne die Erdbeere durchzuschneiden, die Erdbeere schräg einschneidet, habt ihr den Erdbeerfächer. Den kann man dann um auf den Rand legen oder an die Seite. Viel Spaß euch!